Das ist eure erste Full-Metal-Cruise und ich glaube auch insgesamt als Band die erste Kreuzfahrt. Was ist euer erster Eindruck? Totaler Hammer. Ich muss sagen, ich fühle mich hier sauwohl. Ich habe auch schon mit vielen Leuten gesprochen heute und das war richtig cool und es hat richtig Spaß gemacht, mit den Leuten einfach mal ganz normal zu reden. Und das ist einfach irgendwie sehr entspannt. Ich würde es auch als sehr familiär bezeichnen. Das ist auch das, was ich immer sage. Wir sind eine Familie und da ist es egal, ob du Künstler bist oder ob du Fan bist. Du bist hier auf einem Schiff, gefangen mit allen. Das ist einfach so. Und da muss ich sagen, das ist einfach so eine Geschichte, wo ich sagen muss, die Jungs da draußen und die Mädels da draußen sind echt schweinegeil. Und das ist einfach cool. Das ist doch mal ein Statement, würde ich sagen. Die Fans, die wir dann beim Meet & Greet getroffen haben, die treffen wir dann halt auch auf dem Schiff nochmal. Und dann ist so dieses, darf ich mal den Moment ansprechen, irgendwie gebrochen. Und das gefällt mir besonders gut. Wir haben hier die seltene Gelegenheit, euch mal abgeschminkt zu sehen und ohne Kutten etc. pp. Wie kommen wir denn zu der Ehre? Das machen wir nur für euch. Nein, natürlich würde es ja gar nicht möglich sein, auf einem Schiff wie diesem den ganzen Tag geschminkt rumzulaufen. Wir haben das eine Zeit lang auch gemacht, nur mit Schminke Interviews zu geben, aber irgendwie, wir sind immer noch dieselbe Person. Und auf der Bühne ist es natürlich was ganz anderes. Da würde ich niemals mit Jeans und Turnschuhen auftreten. Aber in einem Interview... Für mich kein Problem, weil ich sage, wir sind unter unseres Gleichen, weißt du? Und da kannst du nicht den Geschmink rumlaufen, das ist total bescheuert. Die Person, die man auf der Bühne ist, ist man auch zum Teil im Privaten. Das ergibt sich so. Das heißt, das, was wir ausdrücken auf der Bühne, ist auch ein Teil von mir. Natürlich gibt es natürlich auch Unterschiede. Ich meine, ein Schauspieler, der ein Mörder spielt, ist ja hoffentlich im Privaten auch kein Mörder. Aber natürlich sind das auch gewisse Rollen, die man hat. Aber im Prinzip bin ich privat und bühne immer noch eine Person. Und das geht in Fleisch und Brut einfach über. Absolut, kann man so sagen, ja. Ihr habt eine der allervollsten Theatershows gespielt, aller fünf Cruises. Ja, wie war das? Das freut mich zu hören. Also ich muss ehrlich sagen, ich konnte mir so gar nicht vorstellen, wie ein Auftritt auf einem Schiff abläuft. Sowohl auf dem Pool als auch unten im Theater. Ich mag eigentlich so Läden grundsätzlich, die so aufsteigend gestaltet sind. Und das hat man nicht so oft in normalen Clubs. Und irgendwie fand ich, hat das auch was Besonderes, wenn Leute sich einfach mal ein Konzert anschauen und auch Spaß haben und dann trotzdem sitzen bleiben. Irgendwie hatte das dann auch was. Aber wir haben denen keine Ruhe gelassen. Es musste jeder aufstehen. Ich stehe ja auch da oben. Ich sitze mich ja auch nicht. Das war einfach was ganz Besonderes. Wenn ich jetzt höre, dass es eine der vollsten Shows war, dann macht mich das auch ein bisschen stolz. Danke euch. Es ist nett von euch, dass ihr dabei wart und die Metal-Messe auf dem Mittelmeer gefeiert habt. Theater ist das eine, aber Pool war geiler. Das würde ich gerne wiederholen. Das war der Hammer. Das hat mich am meisten beeindruckt, weil ich da auch mal so im Publikum rumlaufen kann, was du so normalerweise auf Konzerten nicht so hast. Und das war für mich gestern echt das Größte. Poolkonzert war Hammer. Ich glaube einfach nochmal, dass es ein Stück weit was anderes ist als ein normales Konzert. Dass es etwas ist, wo man zusammenkommt. Und du hast oft im Konzert nicht die Möglichkeiten, in so einem Tagesablauf, keine Ahnung, diese Nähe auch zu spüren zu unseren Fans. Das finde ich hier herausragend. Ich glaube, wir kommen wieder, wenn wir dürfen. Wir leben in ein world of plenty und sailen die sieben Seas. Wir kamen zusammen hier zu feiern die Steele.